Ich habe vorher immer Prüfungsangst gehabt, furchtbare Prüfungsangst. Ich weiß noch, wie es mir bei der Matura gegangen ist. Also Knie waren weich, die Hände waren total verschwitzt. Es war eine Katastrophe, zu stottern habe ich angefangen. Und nachdem ich dann das Amulett vom Herrn Ogris bekommen habe, ist es mir, also vor der Prüfung war es so, dass ich total ruhig geworden bin, urplötzlich. Und wie dann meine Professoren drinnen waren, hat sich in mir eine Ruhe und Gelassenheit ausgebreitet. Das war unglaublich. Ich habe genau die Fragen bekommen, die ich wollte. Die Professoren haben nicht einmal mehr fragen müssen, sondern es ist aus mir heraus gesprudelt, das ganze Wissen, was ich da gehabt habe, obwohl ich vorher wie ein Blackout gehabt habe. Es war unglaublich. Es war die schönste Prüfung meines Lebens. Ich war ganz erstaunt, dass die halbe Stunde dann schon vorbei war und ich hätte noch so viel sagen können. Es war ein wunderbares, tolles Erlebnis und es war fast schade, dass die Prüfung so schnell vorbei war. Wie ich aus der Prüfung herausgekommen bin, da ist ein Gefühl von mir heruntergefallen, also ein Rucksack heruntergefallen. Es war so schön. Ich bin erleichtert gewesen und es war einfach ein traumhaft tolles Gefühl und ich werde jederzeit wieder mit dem Amulett eine Prüfung machen. Ich bin erleichtert gewesen. Ich bin erleichtert gewesen. Ich bin erleichtert gewesen. Und ich bin erleichtert gewesen.